Joa, hi dear, liebe Leute und jetzt hier kommt zu einem neuen Video von Country Genie. Wir sind doch hier wieder in der... Oh, ich kann... Ach ja, ist ja... Nice. Ah, ich glaube ich hab bald einen neuen Freund. Warte, ich kann doch einen Schwanz. Hm. Und on. Hehe. Sieht so ganz witzig aus. Na hallo, willkommen im Leben. Wurde echt gruselig auf mich. Kommt und holt mich! Das bringt nichts, Kumpel. Zu weit weg. Ich hole es näher ran für dich. Die fängst du niemals, Kumpel. Du bist nicht schreitig. Das muss ich nicht schreitig. A, du bist nicht. Auf geht's weiter. Nie kann es jetzt nicht schreitig sein, du bist nicht schreitig. Ja, du bist nicht mehr da. Es geht nicht mehr zu sein. Ich habe mich nicht mehr ins Spiel zu schreiten. Ich finde das Spiel richtig entspannt. Husteblumen und Wind passen einfach zusammen. Das bringt nichts, Kumpel. Zu weit weg. Ich hole es näher ran für dich. Wie sieht das aus? Was will ich denn haben? Was wird der Länge? Nein. Genießt du die Wärme? Der guckt aber so grimmig. Mach mal was. Er pennt. Füllst du dein Vitaminvorrat auf? Das bringt nichts, Kumpel. Zu weit weg. Ich hole es näher ran für dich. Was will der denn haben? Ich verstehe nicht, was der jetzt will von mir. Was soll die jetzt jemand machen hier? Natürlich können wir hier so weitergehen, aber das ist ganz witzig, entspannt. Hier haben wir mal was Stumpf zuzugucken. Weil immer will der ja. Ah, ich weiß jetzt nicht, was der von mir will. Das bringt nichts, Kumpel. Zu weit weg. Ich hole es näher ran für dich. So, ich muss jetzt hier drei Minuten mal eben chillen. Das bringt nichts, Kumpel. Zu weit weg. Ich hole es näher ran für dich. Was will der denn haben? Ich blick gar nicht ganz durch. Wo ist er jetzt denn? Wie ist er denn jetzt da reingekommen? So, die drei Minuten müssen doch schon langsam und lange um sein. So, müssen wir mal gucken, eine warme, eine, warte mal eine Minute. Warte, wenn da nicht ihr seid, dann ist ja auch egal. So, da kommen wir mal über mich hoch. Hier brauche ich Superfarbe. Mehr Ranken. Die sind wie die Finsternis aber ekelhafter. Selbst mit Superfarbe kommen wir da wohl nicht durch. Viel besser. Superfarbe ist aus. Oh, da ist auch von ihm. So weit, so gut. Das wird ganz gut. Hallo, ich bin Ash. Das kann ich noch nicht malen. Sorry, kann ich noch nicht. Oh. Zurück mit dir. Schön, sehr schön. Oh, da sind sie ja. Wow, die sieht besonders aus. Was ist das? Was ist das? Ich habe euch Gras. Was ist das? Nein. High five. Danke für die super Farbe. Hey, was geht da drüben ab? Oh, ich glaube, ich könnte hier stundenlang einfach nur den Viech anzugucken. Oh. Oh. Ich habe dich gefunden. Interessante Kombination. Mal sehen, was da geht. Oh. 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 ... Oh. Erlebnis-Skizze. Zeit für etwas Frühjahrs-Trotz. Hey, hier drüben! Hey, die Trottel-Patrouille! Autsch! Geht klar. Los geht's! Ich brauche richtiger Linker. Ja! Komm hier! Und noch einer! Hallöchen! Ich fand das Spiel jetzt schon so ein bisschen verraten. Was heißt das? Kannst du mir kurz helfen? Das sollte schick aussehen. Oh, Bäume, Feuer. Äh, Feuer, okay. Oh, Bäume kann ich jetzt auch. Das ist echt gut. Das ist echt gut. So funktioniert das. Ha! Ja. Es geht nichts über ein gemütliches Feuer. Oh! Oh! Das ist echt gut! Ich bin jetzt hier! Oh! 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 was ist das da drüben das wolltest du doch haben das soll wohl was bedeuten hier schwebt etwas bestimmtes das spiel ist einfach das funkelt oder ich kann nicht auf den kopf mal erdnuss erdnuss bitteschön das stück geht noch wie mal ein kunstwerk k cool Oh, die schon wieder. Ich bin hier. Ach toll, Gesellschaft. Ich muss jetzt mal nicht erinnern. Was für ein Geier ist das? Was für ein Geier ist das? Was für ein Geier ist das? Ich dachte, wir haben eine Safety Coolie. Ich dachte, wir haben eine Safety Coolie. 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 Wie ist das jemand? Willst du wohl spielen, hm? Bravo! Echt gute Arbeit! Ops! Vielen Dank. 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 Mach dich bereit. Vielen Dank. Oh, Superfarbe. Hm, ich brauche Superfarbe, um das zu beseitigen. Das ist besser. Du hast echt guten Geschmack. Ein Buch. Ein Buch kann nie zu viele Seiten haben. Was heißt das? Du weißt? Du hast wohl echt, was du willst. Ich wünschte, sie würden endlich nach Hause gehen. Was? Ja. Ja. Schlagschuss! Aus! Ja, das fällt sich nicht so an. Ach, oder? Oh Mann, schon wieder verfehlt. Noch mal. Mach dich bereit. Hab ich dir doch gesagt, alles ist gut. Du musst schnell denken. Mach dich bereit. Zack! Du musst auf alles gefasst sein, Bruggy. Los, noch ein paar Minuten. Kann ich dir doch mal rufen hier? Mach dich bereit. Achtung! Hab ich dir doch gesagt, alles ist gut. Fang mich doch! Hey, seid ihr blind oder was? Hey, ich bin's! Der lässt uns weit außen. Ja! Erwischt! Ach, schon wieder diese Ekel. Mist. Klappt ihn ein. Mann, er ist schnell. Bleibt an ihm dran. Bist ein schneller kleiner Freak, was? Ja! Vielleicht nächstes Mal. Ich werde deinen bescheuerten Pinseln überziehen. Er kapiert echt nicht. Komm! Ah, kleiner Freak! Und was jetzt? Hey, die Trottel-Patrouille! Hey, ich bin's! Hey, seid ihr blind oder was? Verstecken sich! Er belauscht uns vermutlich gerade. Oh, besser, wir finden dich nicht! Also, ich bin's! Oh, besser, ich bin's! Oh, besser, ich bin's! Oh, besser, ich bin's! Okay, ich wollte den Tod und zwar vergessen. Oh, nein. Das soll wohl was bedeuten. Du weißt wohl, was du ausdrücken willst. Hab es! Hey, hat jemand meinen Djinn gesehen? Wow! 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 Du warst wohl sehr hungrig! Wow! 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 und dann wird man schlafen herr er hat vergessen da bist du ja Ich muss rausfinden, welche Lichter ich übersehen habe. Ja, die Frage ist, wie geht es da hoch? Ja, die Frage ist, wie geht es? 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 Ja. Ja. Dieses alte Schild könnte etwas aufgefrischt werden. So funktioniert's. Passt perfekt. Viel besser. Ah, na bitte. So passt's. So passt's. Hab ich da schon gemalt. Oh, ich bin gut zu wissen, was ich da schild zu machen kann. Da hinten war nämlich noch eins. Da hinten war nämlich noch eins. Vielleicht verziehen sie sich ja. Vielleicht verziehen sie sich ja. 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 Was? Ah, na bitte. Passt perfekt. So funktioniert's. Hm, irgendetwas stimmt nicht. Hm, ich muss es wohl genau anpassen. Finito. Der gute Dosenlachs aus Denzka. War nie so meins. Sehr schön. So, dann haben wir noch jemanden. Letzten nicht mehr. Hm. 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 Ach da. Nächstes Mal bring ich Marshmallows mit. Hm. Hm. Ich weiß nicht, was ich da? Hm. Da hatte wohl jemand Hunger. Eine Glühbühne. Eine Glühbühne. Und jetzt ab auf den Fischmarkt, um ein echtes Meisterwerk zu malen. Oh! Oh! Hey, hier drüben. Ein Zwei-Gin-Job, hm? Okay. Danke, Jungs. Perfekt. Dann wollen wir den Fischereihapen endlich mal richtig Farbe verleihen. Vielleicht kommt ja sogar Cecil, der Seelöwe zurück und sieht es sich an. Du möchtest Gras? Klar doch. Und, was meinst du? Ja. 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 Willst du die überall verteilen? Nağerはい tem, wird ja auch die Icke. trelden offen drauf. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn ihr Bock drauf habt, seid gerne beim nächsten Mal mit dabei, richtig cool, mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt nur einen schönen Tag bis dahin und schön mit euch. Und nicht vergessen, immer kreativ sein. Malen nach Zahlen.